Ja, Nachfragen dazu an Tobias Peter von der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Ich grüße Sie. Guten Morgen, Herr Klinner. Peter, ein G7-Gipfel in schweren Krisenzeiten war das und der deutsche Bundeskanzler mittendrin. Wie sehr hat Olaf Scholz die Gipfelbeschlüsse beeinflusst? Naja, solche Gipfelbeschlüsse sind sehr, sehr lang vorbereitet. Da arbeiten natürlich letztlich alle dran mit und insofern hat auch der Kanzler eine wichtige Rolle. Das, was aber tatsächlich seine Rolle ist, das, was etwas ist, womit er diesen Gipfel geprägt hat, ist eben das, was er schon beim vorherigen Gipfel in Elmau angefangen hat, eben dafür zu sorgen, dass die Länder des globalen Südens beteiligt werden, dass sie als Gäste eingeladen werden in diesen Club, wo man früher den Eindruck hatte, da steht ein Türsteher und sagt, nur die reichen Industrieländer kommen rein. Jetzt werden eben Länder wie Indien, wie Brasilien eingeladen, um sie einzubinden. Und das ist ganz klar auch das Werk von Olaf Scholz. Also ein Erfolg, den sich der Kanzler durchaus ans Revier heften darf. Reden wir über einen anderen, nämlich den amerikanischen Präsidenten, der wiederum für den ukrainischen Amtskollegen, ja man könnte sagen, ein Gastgeschenk dabei hatte, nämlich 1116-Kampfschätze, gegen deren Lieferung Washington nun anscheinend nichts mehr einzuwenden hat, auch wenn das Ganze noch dauern wird. Kann denn die Bundesregierung diese Entwicklung hin zu Kampfjets wirklich so gelassen sehen, wie es auf den ersten Blick scheint? Ich glaube schon, dass die Bundesregierung das sehr gelassen sehen kann. Denn inzwischen sind wir an einem Punkt, wo die Ukraine, wo Präsident Zelenskyj sehr stark anerkennt, Deutschland tut sehr, sehr viel. Und deswegen gibt es jetzt nicht diesen irrsinnigen Druck auf Deutschland, sich auch an Sachen zu beteiligen, wie es das bei den Kampfpanzern gab. Das heißt, es können jetzt eben Piloten ausgebildet werden. Das wird dauern. Man weiß auch gar nicht so genau, was folgt. Das Ganze ist erst mal ein Signal an Präsident Putin zu sehen. Der Westen lässt hier nicht nach. Er kann noch mal nachdenken, will er selbst einen Ausweg aus der Eskalationsspirale suchen. Und der Druck auf die Bundesregierung ist aus meiner Sicht jetzt im Moment eigentlich nicht besonders hoch. Vielleicht noch ein Wort zur Kanzlerpartei der SPD, die in diesen Tagen 160 Jahre alt wird. Wir haben mit Saskia Esken gerade darüber gesprochen. Seit anderthalb Jahren stellt die Partei wieder den Bundeskanzler. Aber in Umfragen rangiert die SPD wieder bei 17, 18 Prozent. Also ein Tief, wie man das lange Zeit vor der letzten Bundestagswahl kannte von dieser Partei. Glauben Sie, dass die Sozialdemokraten eine Idee haben, wie sie aus diesem Stimmungstiefen wieder herauskommen? Ich glaube, sie wollen aus dem Stimmungstief so herauskommen, wie sie mit Olaf Scholz Kanzler geworden sind. Nämlich, indem sie nicht hektisch reagieren. Man muss auch sagen, ich kümmere mich als Berichterstatter gewissermaßen sehr, sehr lange schon um die SPD. Und habe auch schon sehr oft erlebt, dass man ihr das Totenglöckchen geläutet hat. Insofern schaut man in der SPD jetzt, glaube ich, sehr, sehr gelassen immer noch auf die Situation. Wer hätte vor zwei, drei Jahren gedacht, dass die SPD den Kanzler stellen würde? Jetzt ist es soweit. Und deswegen wird man sich da, glaube ich, nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen lassen. Und in diesen Tagen kann die Partei zeigen, wie sehr sie sich um die Nöte und Sorgen der Menschen wirklich kümmert. Sie fordert nämlich Änderungen am Entwurf des Heizungsgesetzes, das ja aus dem Hause Habeck kommt. Aber noch diese Woche soll es in die parlamentarischen Beratungen starten. Dafür ist auch die SPD das Gesetz bis zur Sommerpause dann durch Bundestag und Bundesrat zu bringen. Halten Sie das für realistisch? Naja, der Druck ist zumindest hoch. Aber ob das jetzt gelingt, weiß ich auch nicht. Die SPD ist ja gewissermaßen in einer zwiespältigen Situation. Sie möchte einerseits sich selbst inszenieren als jemand, der da noch soziale Änderungen durchsetzt. Sie möchte zeigen, wir sind hier die führende linke soziale Kraft und das sind nicht die Grünen. Andererseits kann sie kein Interesse daran haben, dass dieses Gesetz jetzt geschreddert wird, weil dann steht sie auch schlecht da. Und dann kommt aber auch noch die FDP dazu. Die hat durchaus ein Interesse daran, dass dieses Gesetz geschreddert wird und womöglich gar nicht kommt. Und das ist schon eine sehr, sehr komplizierte Gemengelage. Und wie das ausgeht, wir werden es sehen. In der Tat eine spannende Frage, ob und wie weit dieser Entwurf schon diese Woche den Bundestag nicht passieren, aber doch zumindest sozusagen zu einer ersten Lesung oder auch Anhörung besuchen wird. Herr Peter, das war sehr interessant. Danke für die Auskünfte und Grüße nach Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank.